Wusstet ihr, dass der BMW 2er Active Tourer ein Top-Level an Fahrerassistenzfunktionen bietet? Mit der Sonderausstattung BMW Driving Assistant Professional stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung zur Erhöhung der Fahrsicherheit und des Fahrkomforts. Ein umfangreiches Paket an Kamera- und Radarsensoren sorgen dabei für einen 360-Grad-Rundumblick. Cool, oder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017